Abkunft in Dorado 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 Habe ich da hochgeguckt, dann besser. Wo ist denn dieser Dysimitrat? Was ist immer denn da? Ist da hinten irgendwas? Gucken wir mal. Lassen wir ihn immer wieder mal von oben oder von hinten angreifen. Da dachte ich, der Kaktus wäre ein Bösewicht gewesen. Sehr schön. Brauche ich Heilung? Nö. Mist. Komm, 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 komm. Achso. Boah, der hat das... Auf rechten, nahen Nähe ist der echt krass drauf. Gut, aber wir haben ja jetzt hier den Punkt eingenommen. Steht der hier noch so weit? Lüb. Vorsicht, gegen Verkehr! Mist! Ah, ich dachte, ich könnte hier dann noch mit meiner Mine weghauen, aber... Kam er da von der Seite. Alter! Alter! Können wir schön blockig bleiben. Boah. Krass geht das hier wieder ab. So, mal kurz Heilung abholen. Tudu, der hat sich natürlich recht gut positioniert, da. So. Sieh, kurz Angst gehabt, dass da wieder oben der, äh, der, äh, der, äh, der, äh, steht. Der Bastion. Alter. Wo ist sie? Sieh. Ist immer noch ein bisschen zu, hm, zu eikel. Da jetzt hier mal Ulti loszulassen. Aber die Mine wenigstens entschärft. Kriege ich mich da noch aus? Ja. 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 Gucken wir mal, kriege ich die Unterstützung? Ja. Sehr schön. Mist! Was? Zwei? Haben die zwei? Nee. Die gehen auf. Äh, seit wann gehen die denn so weit auseinander? Aber schön, dass ich ihn wenigstens noch gekriegt hab. Kommt, Leute. Alle Rennser. Alle Rennser. Der Tracer hinterher. Hm. So. So. Mist! Boah. Wie ich diese Tracer überhaupt nicht leiden kann. Äh, wäre ich wenigstens in ihrer Seite geblieben, oder so. Hm. Naja. Boah, kommt der ganz gut ohne mich zurecht. Hm. Scheiße, 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 scheiße. Vorsichtig, verkehrt! Nein! Fuck! Ach so, von da hinten kann man auch noch... Boah. Ich dachte... Ich dachte, ich wäre jetzt hier sicher. So leicht werdet ihr mich nicht los. Hm. Leute, vier Meter. Vier Meter. Das sind niemals vier Meter. Sag ich dir, lieber Peter. So. Mist! Ach, Mist, ey. Den hätte ich auch besser kriegen können, ey. Ja! So. Ach! Alter, die halten aber auch ordentlich hier. Ach, der hat... Da haben beide gleichzeitig eine Mine gezündet. Man nennt mich McCree. Los geht's, Räume! Wollen wir mal hier ein bisschen durchstarten? Jetzt wird's massiv! Hm, das ist in uns natürlich nicht. Boah, wenn ich schon das Tracer-Geräusch höre, dann... Dann krieg ich schon Angstzustände. Was soll ich denn machen? Also kein Schiff. Halt in die Fahrzeuge, gripe hier! Oh! Hm. Das war ja. Ja. Wollen wir mal gucken, dass wir hier was machen können. So. Fuck, 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 fuck. Ja. Ju, 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 ju. Mit vier Leben noch. Nice. Shit. Na komm. Mist. Shit, zu spät gesehen. Oh, da haben wir schön zusammen gefightet. So, und jetzt müssen wir das aber... Jetzt müssen wir das aber dicht machen. Wir haben nur noch 40 Sekunden Zeit. Und ich würde gern dieses Match gewinnen. Das wäre sehr schön. Ja, das sieht schon mal gut aus. Fuck, komm, komm, komm. Wollen wir den? Nein. Ja. Sehr schön. Sehr schön. Doppelkill, das hilft auf jeden Fall. Vor allem jemanden für seinen Ulti. Und? Ja. Sing. Toll. Kriege ich vielleicht das Highlight? Natürlich nicht. Es ist der Bestien. Ja, aber dann komme ich ja doch ins Highlight-Video. Weil ich bin ja derjenige, der doch das beendet hat, oder? Ach ne, doch nicht. War es eine andere? Ach, die haben zwei Bestiens. Okay. Gut. Gut. Also dafür, dass wir gewonnen haben. Ahem. Gut. Nö, es war eigentlich ein geiles Match. Hat Spaß gemacht. Ähm. War das doch eigentlich gar nicht so schlecht. Oha, Punkte jetzt nicht zu viel gemacht, aber... Wenigstens ein geiles Match gehabt. Neun Eliminierung, neun Tode. Naja, gut. Hauptsache kein Minus. Und schon wieder abgebrochen, weil nicht genug Spieler-Matches gibt es doch gar nicht. Was ist denn heute los? Weil es schon ein paar Matches vorher gehabt, die ganze Zeit. Die nicht so... Die alle abgebrochen wurden. Ich spiele jetzt hier nur einzelne Matches. So... Äh... Wie viel Zeit haben wir... Wie viel... Wie lange hat denn das jetzt gekostet? Wie viel Zeit? Oh Gott, ich kann gar nicht reden. Ordentlich. Hängen wir das jetzt hier noch ran. So. Ich will euch ja nicht mit einem halben Spiel hier zurücklassen. Hanamura... Äh... Eben... Angriff. Ach ne. Na ja, gut. Okay. Dann nehme ich jemand anderes. Diva. Äh... Doppel-Sniper muss ja nicht sein. Also vor allem nicht Doppel-Widowmaker. DüD tide, viele Scharfschützen dafür ne Heilerin, das ist gut! Ich bin schon 20 ... 34 so wie ich... 90! Oh, ich bin schon 335 47, 31... 49... Na gut, in der Gegenrannschen-Mannschaft einer drinne, der ein bisschen besser ist. das heißt ein bisschen schon einige level besser ich wollte die nicht kaputt machen aus versehen so jetzt mach ich auch mal alles kaputt hallo so da steht schon jemand und ja bleib doch da stehen bleibt doch ich bleib hier schön im in der heilungszone ok es gehen alle der langsicht schön drauf sprayen man nennt mich auch die sprayer immer noch nicht mein e hier einsetzen was machen die dahin was soll das und warte ich hier ein bisschen bis ich heilung kriege jetzt so sieht sie mich aus wo ist er denn so so alter und das jetzt hier oft noch was mit ich würde sagen das bringt gar nichts mit die Da sind die einfach zu gut gegen eingestellt. Da haben wir keine Freude dran. Oh, okay. So, wenigstens vertrieben hier. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Jetzt wieder hier mal sein Regi an. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Okay. Oh, okay. Die sind hier ein bisschen blöder drauf. Gehen wir nochmal hier rüber. Was heißt blöder? Wir müssen einfach mal den Skill. Mist. Oh ja, habe ich wenigstens ein bisschen zurückgeschmissen. Ich glaube, das wird nichts mehr. Ich bin halt ein Spätzünder. Dass das auch so unrußgeglichen ist manchmal, ist das ja mir ein Rätsel. Ach, Mist. Daneben gesprungen. Ich mache euch alle fertig. Ich renne. Aber schöne Skins und schöne Posen. Die Stunde hat geschlafen. Mit zwei Fahrers? Okay. Ja, hatten wir. Interessant. Da hauen die Leute wieder ab. Ich sehe, ich ahne schon, schlimm ist, dass wir gleich wieder rausgeschmissen werden. Weil wir nicht genug Leute haben. Genau fünf Minuten gebraucht. Das ist ja auch interessant. Ich glaube, ich werde mich darauf spezialisieren, einfach heiler zu spielen. Und... 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 Ja! Aber Dorado. Mhm. Gut. Dann spiel mal. Dorado, Verteidigung. Junk Red. Das einzig wahre, was man spielen kann. Hallo? Was, äh... Was ist da passiert? Hahaha. Das ist ja in einem völlig neuen Spiel. Okay. Ich bin etwas irritiert. Hm. Gut, dann nehmen wir das noch mit. Das wird eine überlange Folge heute. Ich würde sagen, das wird eine überlange Folge, äh... voller Spaß und... Frust. Na komm. Los, drei Sekunden noch. Angriff. Also ich meine, ich habe noch Verteidigung. Hä? Danke. Danke. Komische Sachen, die hier passieren. Komische Sachen. Da, was? Da verlassen und treten Leute hinzug. Mhm. Okay. Mal gucken. Da ist Fahrer. Gleich oben. Hm, okay. Geht alles. Da ist auch gleich jemand. Vielen Dank. Das würde, äh, nicht schön. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Angriff beginnt. Wir schützen die Fracht. Eskortieren Sie die Fracht zu Ihrem Ziel. Okay. Dann sieht es auch noch leer aus. Fuck. Was ist da passiert? Ein bisschen. Das habe ich aber auch gar nicht gesehen. Aber... Scheint nicht blind heute zu sein. Ich gehe mal da links raus. Scheint mal besser Angriffchancen zu haben. Da. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh Gott. So. So. Kommen wir denn da. Kommen wir an die Bestchen ran. Mhm. Hier geht aber richtig gut aus. Ja. Shit. Ja. Komm schon. Fuck. Komm einfach rum. Komm rum. Mist. Aber wenigstens habe ich da den ... ... den Typen gekillt, der geultrat wurde. Ach nee. Echt? Von der Diva gekriegt auch noch. Scheiße Scheiße. Krase Scheiße. Ja. Mal kurz das Auge kratzen hier. Das ist aber auch nicht einfach hier. Okay. Schütze die Fracht. Okay. Heilung ist da. Hol' ich mir. Mist. Alter, wo kam der denn jetzt schon wieder her? Gibt's doch gar nicht. Da wollte ich doch gerade hin. Ich hab den nur mal kurz zurück geschickt, ob da ... ... geguckt, ob da keiner kommt. Ich hab schon ganz andere Sachen überlebt. Ich steh. Ja. Komm ruhig dich selber. Zurück. Anna, bereit zum Gefecht. Na, sehr schön. Scharfschütze. Kommen wir da nicht voran? Das gibt's ja gar nicht. Warum hält die Fracht? Ja. Würde ich gern wissen. Fack, 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 fack. Komm, 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 komm. Alter. Nein. Das war der Run fürs Ziel. Ist das geil. Und er hat sie's geholt. Der blöde Typ. Das war wenigstens witzig. Kriegen wir das noch hin jetzt hier? Zum Ersten wenigstens, hm? Nee. Doch, kriegen wir noch ein Sehchen. Ja. Diesmal hab ich's gekriegt. Diesmal hab ich's gekriegt. Diesmal hab ich's gekriegt. Alter. Oh. Ähm. Ehm. Ich brauch Heilung. Heilung, Heilung! Heiung! 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 Hihi! Hihihi! So. So wurde das gemacht. Sehr schön. Mist! Ich wollte es noch aufhalten. Fuck, komm 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 komm. Habe ich einen? Ne. Ich habe ein paar mitgenommen jetzt irgendwie. Ich bin eben von einer... ...den blöde Granate bekommen. Hm. Da ist Elvis. Halte Schmalzlöcke. Was war das? War da angegriffen oder jemand drin? Gerade nicht. Gucken wir mal das mal hier mal angreifen. Shit. Fuck zurückziehen, ey. Sonst haben wir da keinen Spaß. Da habe ich auch ganz vergessen, dass da ja die... Ich brauche Heilung. Dass da ja die ganzen Leute rauskommen. Dass da der ein Bass da ist. Tja mein Juni, ich habe da immer noch ein kleines Geschenk, wenn ich sterbe. Ich habe schon ganz andere Sachen überlegt. Aber das müssen wir doch jetzt noch schaffen. Komm, komm, komm Leute. Schaut das Ding voran. Abmarsch. 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 hop. Der habeil Erikę geschrieben. So. Das ist, ne, daran sieht man... Man sollte nicht zu schnell aufgeben. Weil... man kann es immer noch bis zum letzten Schluss rumreißen. wenn man hart genug kämpft dieses einfach aufgeben ist quatsch ich dachte ich bin da bei ihm sicher weil er da einfach so ein sozusagen so ein heilungsaura hat dachte ich würde nichts passieren nur er ist unsterblich so dann gehen wir mal hier lang das war ein bisschen von der seite und von oben wie es letzte mal angreifen oder ich weiß gar nicht letzte mal so schön von oben na großartig hol ich mir erstmal die heilung so So. Komm, komm, komm. Nice! Das tut gut. Den haben wir noch mitgenommen. Meine Fresse, ey. Uiuiui. Immer noch auf dem letzten Drücker. Junkred aber nicht. Ich schade. Trotzdem war es geil. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann nach oben. Wenn euch das Ganze nicht gefallen hat, dann Daumen nach unten. Und abonniert meinen Kanal, das hilft mir sehr weiter. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann. Tschüss!